Ich möchte einige Abschnitte lesen aus dem Buch von Senta Trömmel-Plötz Frauensprache, Sprache der Veränderung. Diese Artikel sind vom Ende der 1970er Jahre und Sie selbst können jetzt werten, was inzwischen schon erreicht wurde oder was alles noch zu tun ist. Wir alle, Frauen und Männer, müssen mit den Erwartungen, die man uns entgegenbringt, rechnen. Aber wir alle definieren uns auch dadurch, wie wir reden. Wir können den Erwartungen entsprechen oder sie widerlegen. Frauen sind mehr als Männer darauf angewiesen, sich sprachlich zu definieren, denn ihr möglicher professioneller Status ist nicht so offenkundig wie beim Mann. Die Annahme ist immer zuerst, eine Frau im Krankenhaus sei Krankenschwester und nicht Ärztin, eine Frau in der Schule sei Lehrerin und nicht Rektorin, eine Frau an der Universität Sekretärin und nicht Dozentin. Die Sprache ist auf der Seite der Mächtigen. In der Sprache spiegelt sich die gesellschaftliche Rangordnung. Männer kommen immer zuerst, Frauen stehen immer hinten an. Mann und Frau, er und sie, Vater und Mutter, Söhne und Töchter, Bruder und Schwester, Arbeiter und Arbeiterinnen, Hänsel und Gretel, Romeo und Julia, Herr und Frau Müller. Frauen werden in Beziehung zu Männern definiert. Sie sind die Frau von, die Tochter von, die Witwe von einem Mann, den Witwer von einer Frau gibt es nicht. Sie sind Arztfrauen, Professorenfrauen, Diplomatenfrauen, die Ärztinnenmänner, Professorinnenmänner, Diplomatinnenmänner gibt es in unserer Sprache nicht, obwohl sie zumindest im Fall der Ärztinnen in Wirklichkeit relativ zahlreich existieren. In der Sprache sehen wir, um wen es geht und wer nicht zählt. Der beste Mann für einen Job wird gesucht, der kluge Mann baut vor. Der Mann auf der Straße, der Gentleman und der kleine Mann sind alle Männer, auch die Gewehrsmänner, die Mittelsmänner, die Amtmänner, die Pressemänner, die Ratsherren, die Bauherren, die diversen Räte, nicht zu vergessen die Pfarrer, Ministranten, Bischöfe, Küster und Päpste. Selbst wenn es um Gruppierungen mit mehr Frauen als Männern geht, zählen die Frauen nicht. Wir müssen die Teilnehmer, die Kunden, die Wähler, die Studenten, die Arbeiter, die Lehrer sagen, obwohl wir im Deutschen weibliche Formen zur Verfügung haben. Es nützt nichts. Eine Lehrerin und ein Lehrer sind schon zwei Lehrer. Und wie viele Lehrerinnen auch dazukommen, es ändert sich nichts. Auch 99 Lehrerinnen und ein Lehrer sind 100 Lehrer und nicht 100 Lehrerinnen. Frauen zählen nicht. In unserer Sprache ist ständig von potenziellen Männern die Rede. Und Frauen müssen sich eingeschlossen fühlen. Auch wenn es der eine oder der andere, einer nach dem anderen, einer, jeder, der Nächste, er, der und sein heißt. Hören Sie drei Beispiele. Jeder Mensch muss seine Kreativität entwickeln können. Er soll sich nach seinen Fähigkeiten ausbilden dürfen und seinen Leistungen entsprechend aufsteigen können. Oder Es ist immer einer dabei, der zu spät kommt. Oder Jemand, ich weiß nicht mehr wer, hat mir das erzählt und er hat diesen Zusammenhang angedeutet. In der Sprache zeigt sich, wer die Norm ist und wer die Abweichung. Wir sprechen von den Gesetzgebern, den Politikern, Volksvertretern, Arbeitgebern, Handwerkern und Bettlern und denken immer nur an Männer. Der Bundeskanzler, der Bundespräsident, der Rektor einer Universität, ein Großindustrieller. Wie könnten sie etwas anderes sein als Männer? In den Stellenausschreibungen werden für hohe Positionen nur Männer gesucht, obwohl wir im Deutschen, wie gesagt, weibliche Formen zur Verfügung haben. Sie werden nicht benötigt. Frauen müssen sich angesprochen fühlen unter Lieber Leser, Lieber Zuhörer, Lieber Steuerzahler, Lieber Wohnungsinhaber, Unter Arbeitnehmern, Bürgern, Sozialdemokraten, Atheisten und Studenten. Diese Asymmetrien in unserer Sprache zeigen, wer unter- und wer übergeordnet ist, wer zählt, wer gemeint ist, wer das Sagen hat. Ähnliche Asymmetrien gibt es übrigens in der nichtverbalen Kommunikation, zum Beispiel im taktilen Bereich. Auch hier hat sich der Sexismus niedergeschlagen. Zum Beispiel werden Frauen viel häufiger von Männern berührt als umgekehrt. Auch hierin drückt sich Macht aus. Insofern wir diese sexistischen Sprachen so sprechen, wie sie sind. Schön reden, wie es uns ziemt, ja nicht laut, obszön und vulgär werden, im passenden Augenblick die Augen auf- und niederschlagen, die Beine schön überschlagen, die Herrschaft der Männer anerkennen, indem wir sie immer zuerst nennen und für wichtiger halten. Insofern ist unser Verhalten auch sexistisch. Insofern unterdrücken wir auch wir selber Frauen. Wenn wir uns mit den sexistischen Verhaltensweisen von Männern identifizieren, sind wir selbst sexistisch. Es ist schwer, diese Sprachen, die verbale Sprache und die Körpersprachen, die Sprachen der Blicke, der Gestik, der Körperhaltung zu ändern. Diese Sprachen haben wir gelernt. Sie sind die einzigen, die wir haben und die wir beherrschen. Wir können nicht einfach ganz anders reden. Es gibt keine Privatsprache. Wir können nur immer ganz kleine Änderungen vornehmen und die müssen wir Schritt für Schritt einüben. Und das ist mühsam. Mühsam ist auch diese kleinen Schritte ständig wieder rechtfertigen und verteidigen zu müssen, gegen enorme, unangemessen große Widerstände. Heute reflektieren unsere Sprache und unser Sprechen die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern in unserer Gesellschaft. Wenn Frauen und Männer bewusst sexistische Sprache vermeiden und Sprache gleichberechtigt einsetzen, das heißt, da Sprechen ja ein Großteil unseres Handelns ist, auch als Gleichberechtigte miteinander umgehen, wird sich das neue sprachliche Verhalten auch zu einer allmählichen Sprachveränderung niederschlagen, zu einer Sprache hin, in der die Benachteiligung von Frauen und Männern aufgehoben ist. Das heißt, dass sie eine Sprache feststellen wird. Vielen Dank.